Moin Moin miteinander und herzlich willkommen zu Dragon's Dogma. Ja, heute also der Kampf gegen die Harpien, wie angekündigt. Mal gucken, ob wir ein paar von denen anlocken können. Ob ich es ohne die Zyklopen zu treffen? Ah, gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Die sind aber auch echt schnell, also... Na, kein Zufallstreffer. Es wird langsam dunkel, ne? Dunkel ist nicht so gut. Okay, müssen wir anders machen. Wir müssen näher ran. Wenn ich sie nicht treffe, treffe ich sie halt nicht. Dann müssen wir ein bisschen näher ran. Spare-Masters, no Harpies! Spare-Masters, no Harpies! Ich werde sie auf die Ziele ziehen. Ich werde sie in die Ziele ziehen. Wir haben triumphiert. Ja, wir haben triumphiert, aber jetzt kommt irgendwo der... der große... der große Junge. Das war's für heute. Jetzt, mit Feuer! Ich hoffe es ist gut, endet es schnell! Ich lasse mich doch mal ein bisschen hier ran. Wo bin ich denn? Auf die Augen! 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 Ich sehe gerade gar nichts mehr. Ich bin noch beim Kopf, ne? Ich hau rein, wie es geht? Auf die Augen! 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 Ich habe euch einmal auf die Augen! Transfix sie mit Leitern! Oh! Oh! Er kommt schon! Ja! Ich bin nicht leid! Oh! Äh okay! Auf die Augen! Oh! 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 Okay! Ob die Augen! Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Da brennt ein Feuer. Wo ist das? Ach, da. Die Frage ist, kann man da übernachten? Ja oder nein? Ich glaube ja eher nicht, ne? Und ich möchte aber auch nicht wirklich da... Ah, schon wieder welche. Keine Ahnung, wo die herkochen. Ja, in der Nacht ist echt blöd, ne? Draußen in der Nacht... Null Sicht. Null Sicht. Er wäre schlauer, jetzt irgendwie nach Kasades zurückzukehren. Und auszuschlafen. Hier können wir ja jederzeit wieder zurück. Ja, das ist ja der Punkt. Und mit ihm möchte ich eigentlich noch nicht sprechen. Ich habe so das Gefühl, dass dann die Hauptquest weitergeht. Das möchte ich noch nicht. Das möchte ich noch nicht. Nö. In der Dunkelheit, das möchte ich euch nicht antun. Also ich hätte jetzt nichts dagegen quasi in der Dunkelheit hier auch rumzulaufen. Aber erstens, ähm, seht ihr dann nichts. Und zweitens, ich würde auch ganz schnell irgendwelche Sachen übersehen, die für mich vielleicht interessant sind. Das ist dann, glaube ich, ganz doof. Ne? Das wollen wir nicht. Ach, das können wir schon nützen. Und... Hm. Theoretisch könnten wir ja sogar... ...nach Kasades... ...statt nach Grand Soren. Weil ich spreche, glaube ich, die ganze Zeit von Kasades. Ich meine Grand Soren. Was bedeutet das? Was bedeutet das, was ich? Es ist eine Port Crystal. Man kann es von jedem Mal aus irgendwelchen, mit dem benutzen, eine Magik-eitem. So das ist die Palmgrade? Oh, was ist denn da passiert? Dieses Inn kann als der Hauptbahn unserer Reise sein. Keine Überraschung. Ich schaue, dass du siehst. Habt ihr Puck, was ihr möchtet. Wie wird es heute sein? Entstanden. Ich bin echt schon gespannt, also ob sich das dann gelohnt hat. Und so weiter, genau. So, Verwaltung des Lagers. Einlagern. Äh, wow. Vermoderter Apfel. Machen wir nicht mehr. Machen wir auch nicht mehr. Gammelige Möhren. Mh, auch nicht mehr. Bieststeak. Kunst bei Männern von Casades. Saure Bestien. Ah, whatever. So, brauche ich hiervon etwas. Keine Ahnung. Zum Material. Zum Material. Wie wird es heute sein? Was ist das denn? Rostiger Stab. Braucht den jemand? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Auf zum Waffenmann. Mh. 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 Fauliger Goldzahn. Mh. Wo soll ich das herkriegen? Katakombengold. Hm. Also im Moment würde mir das noch nichts bringen, den aufzuwerten. Südlandeisen habe ich auch nicht. Oh ja, okay. Ist wie es ist, ne? Waffen. Oh. Interessant. Krummschwert. Ein Krummschwert. Nicht so günstig, aber... eine Tiara. Magie plus vier. Oh ja. Rotleder-Kapuze. Ah. Erzeugt mich alles nicht so wirklich. Was haben wir hier Neues? Da. Kettenpanzer. Hm. Jägerjacke. Hm. Jägerjacke. Find ich gar nicht mal so schlecht. Ich könnt mir vorstellen, dass man die noch aufwerten kann und dann wird sie echt gut. Bisschen mehr Skutter. Silberbänder. Silberbänder. Hm. Rotleder-Handschuhe. Schwarze Strumpfrosen. Magier-Schuhwerk. Hm. Rotleder-Schenkelschutz. Also, interessante Dinger sind dabei. Interessante Dinger sind dabei. Abenteurer-Umhang. Wow. Naja, okay. So halbbrau. So, so halbbrau. So, was wir auf jeden Fall mal holen, ist hier der Krumsäbel. Oder Krums-Schwert, ne? So, zack. Rotleder-Kapuze. Nein. Nee, nee. Nö, nö, nö. So. Hatten wir hier was Interessantes. Möglicherweise diese Jägerkutte. Lederschutz. Nehmen wir mal mit. Gucken, was man daraus machen kann. Armschienen. Wir sehen nicht wirklich Assassin-like aus, ne? Wir sehen nicht so richtig wie ein Assassin aus. Das ist ein bisschen doof. Ha, Stiefel- und Schenkelschutz. Hm, 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 hm. Wir nehmen das mal. Gucken, was wir daraus machen können. So, und jetzt brauchen wir irgendwie noch eine Hose für dich, ne? Äh, nein, nicht abbrechen. So. Bien. Gucken wir nämlich auch noch mal an. Aber wir sind gleich durch. Keine Angst. Wir sind gleich durch. Dann geht's weiter. So. Du hast auch ein Breitschwert, ne? Bekommst du auch ein Kromschwert? Jawohl. Und, naja, gut. Schild. Bleib beim Eisenschild. Was haben wir für deinen Kopf da? Fasshelm. Hm. Hm. Irgendwie, ich weiß nicht. Dinger kann man ja bestimmt noch aufwerten, aber... Im Moment lass ich's noch. Waffenrock. Tarnrüst. Lederner Brustpanzer. Sieht natürlich sexy aus bei ihr. Aber ich glaube, der Kettenpanzer steht ihr... Also wird ihr bessere Dienste leisten. So, Arme. Und Beine. Kriegst du auch noch mal. Kriegst Beine. Schlachtbeinschienen. Hm. Hm, hm, hm. Na komm, du bekommst die einfach... Auch wenn sie nicht, äh... Komplett besser sind, aber... Soll sie auch ein bisschen gut aussehen, ne? Und... Was können wir dir hier Gutes tun? Vielleicht ein Federkame? Ja. Bestätigen. Ausrüstung wechseln. Ja. So. Ausrüsten. Also, Kopf haben sie... Hier hat sie nichts bekommen. Hier hat sie bekommen. Kettenpanzer-Armschuss? Plus drei Stärke. Da mach ich vielleicht noch was draus, ne? Mal gucken. So. Arme. So. Ähm... Hier haben wir die Ausrüstung nicht gewechselt. Zack. Ausrüsten. Da nicht, da nicht. Da wollte ich das so machen. Die Ausrüstung nicht gewechselt. So. Die Ausrüstung nicht gewechselt. Verbesserung. Silbererz. Hm. Oh. Und was brauche ich für die... Für drei brauche ich... Eisernes Klingelnblatt. Wo kriege ich denn das denn her? So, hier. Ah, Echsen-Schuppen. Schaut euch das mal an. Blindheit. Blitz-Widerstand. Löwenrücken. Schichtsanterz. Okay. Vergiftet. Erstaub. Der Masterwork's all. You can't go wrong. So, Brienne. Dein Krumschwert. Werden wir auch verbessern? Ach, ich werde... Ich gehe gleich... Ich gehe ja langsam so ein bisschen pleite gerade, ne? Kettenpanzer. Kupfererz. Aha, aha, aha. Rotleder. Ah, okay. Hier geht nicht allzu viel, aber... ... ein bisschen was. Schlachtbeinschieb. Harter Knochen. Hm. Und das Federkake. Seide. So, jetzt sind wir alle... ... wieder richtig schick. Wo ich nicht. Ah, ich sehe mit dieser Hose aus wie... Ah, Kusin. Ich... Ich komme damit nicht zurecht. Tut mir leid. Ausrüstung. Ich kann doch nicht mit so einer Hose rumlaufen. Braune Lederhose. Ich muss mir eine andere Hose kaufen. So, komm. Braune Lederhose. Hose. Ähm. Hm. Stadthosen. Drillich-Hose. Habe ich nicht eine Drillich-Hose? Ich glaube, ich habe noch eine... ... Drillich-Hose. ... Kettenhose einfach. Schwarze Strumpfhose. Hm. Für einen Assassin wäre das oder das interessant. Und ich glaube, in der Drillich-Hose hat mich... ... dann sehe ich nicht ganz so... ... verführerisch aus. Ich... ... habe ich nicht... ... habe ich nicht... ... entnehmen. So, wo sind meine Hosen? Baumwoll... ... nee. Hm. Habe ich nicht. Nö. Dann kaufen wir noch eine. Kein Problem. Kein Problem. Äh, wir können ein paar Sachen bereits einlagern. Und zwar... ... was wir so nicht brauchen, ne? Äh, was wir nicht brauchen ist zum Beispiel... ... das Breitschwert. Und wir brauchen... ... den Schuppenmantel auch nicht mehr. Und wir brauchen diese... ... blibbischen Hosen auch nicht mehr. Und bei Brienne... ... müssen wir auch ein paar Sachen einlagern. Hm. Und zwar... ... das hier... ... die Dinger kann ich auch verkaufen, ne? Also... ... du bist ja nicht. ... was wird es heute sein? Komm wieder. Komm wieder. Die ganze Folge... ... nur damit verbracht... ... die Ausrüstung hier neu zu machen, ne? Und das ist ne lange Folge. Oh man. Hatte ich so gar nicht vor. Es tut mir echt leid. Ah. Aber es ist, wie es ist. Manchmal... ... so, Drillig-Hose. Oder lieber die schwarze Stumpfhose. Ja, die... ... die passt einfach mehr zum Charakter. Das ist mir auch wichtig. So. Verbessern. Naja... ... so richtig gut kann ich sie nicht verbessern. Erstarrung. Schiefer graues Horn. Ah. Okay. Okay. So. Okay. Dann machen wir jetzt folgendes. Also... ... die Folge... ... die ist wirklich schon... ... viel zu lang geworden. Hätte ich mal alles kürzen sollen. Ich packe jetzt einfach nur nochmal... ... das letzte Stück ins Lager. Nehme ich seine komische... ... Höschen hier. Zack. Und ähm... ... ich werde jetzt abspeichern... ... und abspeichern... ... also abspeichern... ... und ähm... ... quasi die Folge beenden. Ich bedanke mich schonmal fürs... ... äh... ... zuschauen. In der nächsten Folge... ... geht's dann wieder in die Wildnis... ... und dann gucken wir mal, was wir da... ... quasi... ... auskönnschaften können. Nehme ich hoffe mal, dass wir... ... schöne Sachen finden. Ja, und sage... ... bis dann.